Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, herzlich willkommen bei EdeLive am Samstagabend, 20 Uhr. Was geht ab Chat? Da ist er wieder. Da ist er wieder. Eine Woche war ich weg. Don't call it a comeback. Und ich sehe gerade hier im Chat schreiben alle, wie alt sie sind. Und ihr seid ja alle so alte Säcke. Ich hatte ja keine Ahnung. 49, 50, 33, 35. Jesus Christ. Vielleicht sollte ich in Schwarz-Weiß senden oder irgendwie so. Ich weiß auch nicht, wie. Ich weiß gar nicht, wie man so ein altes Publikum bedient. Ich bin ja nur äußerlich alt. Innerlich bin ich ja auf 25 hängen geblieben. Hanna Paulin, 22. Junge, 28. Growly, Growly ist stark, 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 stark. Als ich in deinem Alter war, war ich schon 40. Ich bin auf diesem alter Scheiß hängen geblieben. Dein Gefühl morgen für Union, Nico Mannstein, steigt gleich ein hier in die richtigen Themen. Ah, wird schwierig, ne? Ich bin so ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. So tiefstehende Gegner, die die ganze Zeit nur bunkern und dann auf Konter lauern. Nicht unbedingt das, was die Eintracht gerne mag. Ja, keine Ahnung. Man weiß, ich kann wirklich keine Einschätzungen mehr bei der Eintracht abgeben. Man weiß einfach nie, was man kriegt. Gegen die Guten sind sie manchmal super, gegen die vermeintlich Schwächeren sind sie manchmal schlecht. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hey, Juska, was geht ab? So, ich war in der Woche nicht da, wir gucken mal gerade. Warte mal. Oh, ich habe gerade Junkfood gegessen und es war wie immer ein Fehler. Ähm. Wo ist denn? Ist ich dumm? Sagt nichts. Und die Subgoal. Och, ey, das ist so krass bei Twitch. Eine Woche nicht da, 100 Subs weg. Es ist so eine Sisyphus-Arbeit. Naja. Ähm. Starker Bundesliga-Talk übrigens mit Göttlich. Ja, da war ich ja nicht dabei. Ich habe es selber tatsächlich noch gar nicht angeguckt, aber guckt euch das an, wenn euch das interessiert, der St. Pauli-Präsident Oke Göttlich im Talk mit Tobias Escher. Das Spiel am Donnerstag war definitiv alles andere als vergnügenssteuerpflichtig. Absolut. Ey, das war wirklich so ein Grottenkick. Ich war ja in Frankfurt und ich hatte überlegt, ob ich mit meinen Jungs zum Stadion gehe, also ins Stadion gehe. Ich war noch nie mit denen bei einem Eintracht-Spiel. Und so oft bin ich ja nicht in Frankfurt und dann spielt auch die Eintracht und so, dass man dann die Chance hat. Ähm, aber dann haben wir uns irgendwie dagegen entschieden, weil es auch dann irgendwie mit Anfahrt, Abfahrt und so weiter alles so ein bisschen spät wurde. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das wäre ein richtig scheiß erster Eindruck gewesen. Stell dir vor, du gehst das erste Mal mit deinen Kindern irgendwie ins Stadion und dann ist das so ein richtig langweiliger Schnarchkick, wo überhaupt nicht irgendwie der Funke überspringt und die Kinder sich zwei Stunden durchlangweilen. Ähm, das kann auch nach hinten losgehen. Am Ende werden sie Handball-Fan oder sowas. Das will ja niemand. Ja, ansonsten gibt's, ähm, wenig Neues zu berichten. Tatsächlich, was, was, hab ich was verpasst? Weil ich war ja trotzdem im Internet. Ich hab eigentlich alles so mitverfolgt. In zwei Wochen sind Wahlen. Glaub ich. In zwei Wochen. Ähm, ist es soweit, da wird gewählt. Hm. Ist auch irgendwie komisch. Ich hab ein paar Zaubertricks gelernt. Trump by Rogan gesehen? Nee, noch nicht. Ich hab gesehen, dass er da war. Ich hab so auf der Timeline so ein paar Ausschnitte, aber ich hab's noch gar nicht geguckt. Aber ich hab auch irgendwie, ich weiß nicht, ich hab so die Befürchtung, dass das halt so ... Ich hab eine Sache gelesen zu diesem Trump by Rogan-Ding. Ähm, das war irgendwie, dass Trump gesagt hat, dass Abraham Lincoln in eine Depression verfallen sei, nachdem sein Sohn gestorben ist. Und dann wurde das gefaktcheckt und stellt sich einfach raus, Abram Lincolns Sohn ist gestorben, nachdem Abram Lincoln gestorben ist. Also, Abram Lincoln hat nie mitgekriegt, dass sein Sohn gestorben ist. Ich weiß nicht, ob's stimmt. Ich hab's nur gelesen im Internet. Aber wenn das stimmt, dass das so gesagt wurde und dass diese Fakten so sind, wie sie jetzt da präsentiert wurden, ja, das ist halt immer so ... Ich find das halt immer so schwierig, weil ... Also, ich gebe zu, dass ich Trump durchaus unterhaltsam finde und mir gerne irgendwie seine Auftritte und so angucke. Nicht, weil ich so toll finde, wofür er steht oder was er sagt, aber ich find den einfach unfassbar unterhaltsam. So, das ist einfach irgendwie ... Man weiß halt nie so richtig, was passiert. So, was der sagt und wie er sich verkauft und so, wenn er dann seine Tänze macht und so. Also, ich finde das einfach auf einem ganz hohen Level unterhaltsam. So. Aber ich kann halt null beurteilen, wenn der irgendwas erzählt. Also, was weiß ich. Ja, ähm ... Keine Ahnung. Ich hab irgendwie dafür gesorgt, dass das Bruttoinlandsprodukt um 20% gestiegen ist oder was weiß ich, seit ... Ich hab 70.000 Arbeitskräfte geschaffen oder ... Keine Ahnung. Ich hab da auch ehrlich gesagt dann null Interesse, mich da reinzulesen und das dann zu factchecken und zu gucken. Das mach ich ja schon bei deutschen Politikern selten. Aber bei amerikanischen Politikern hab ich halt noch weniger Interesse, ähm ... Da mich dann irgendwie da irgendwie reinzulesen und zu gucken. Und, ähm ... Deshalb ist das immer ... Hat das immer so einen komischen ... Ich kann dann halt nie sagen, ob ... Was der sagt, der größte ... Also, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wann Abraham Lincolns Sohn gestorben ist. So. Ja? Wenn das jetzt nicht auf Twitter irgendwo in so einem Factcheck-Ding da gestanden hätte, hätte ich das nicht callen können. Wenn ich das jetzt im Interview gesehen hätte und er hätte diese Geschichte erzählt, dann wär mir das nicht aufgefallen. So. Ähm ... Und das ist halt immer so ein bisschen ... Weiß ich nicht. Das ist immer so ... Man hat so ein Gefühl, so, ne? Also, so einfach nur so von der Emotion her denkt man sich so ... Ich könnte mir vorstellen, dass das scheiße ist, was der da gerade erzählt. Aber es ist halt auch nur ein Gefühl. Hast du Simons PDF-Buch gelesen? Nee. Ich lese doch kein PDF-Buch. Das hab ich ihm auch gesagt. Ich hab gesagt, er soll mir ein richtiges Buch in die Hand drücken. Ähm ... Aber ich lese ja nicht am Computer ein PDF. Gib mir ein Buch. Ich brauch was, was ich auf dem Klo in der Hand halten kann. Das klingt falsch. Aber, ähm ... Ich freu mich total, dass es so gut für ihn läuft. Ich bin echt ein bisschen stolz auf ihn. Ähm ... Auch überhaupt, wie er das alles so, sag ich mal, eigenständig gemeistert hat. Also, ähm ... Simon ist ja jetzt nun nicht der organisierteste Mensch. Und ich hab ja auch schon, ähm ... Äh ... Ich hab ja auch schon die Ehre gehabt, die ein oder andere Sache mit ihm zu planen oder zu machen. Und es läuft nicht immer reibungslos. Aber ich hab das Gefühl, bei dieser Buchnummer, da, äh, hat er sich wirklich so sich selbst verwirklicht und es so umsetzen können, wie er das will. Jetzt auch mit seiner Tour und seinen Live-Auftritten und so weiter. Und, äh, find ich mega. Ähm, find ich wirklich absolut top. Einer der Söhne ist tatsächlich als Kleinkind und damit vor Lincolns Tod verstorben. Aha, sagt Steve 107. Wie gesagt, ich prüf's nicht nach. Wenn das stimmt, dann könnte ja das, was Trump gesagt hat, doch wieder stimmen. Das würde bedeuten, dass der Fact-Check auf Twitter wiederum nicht wirklich ein Fact-Check ist. Seht ihr? Und das macht einen doch mittlerweile wahnsinnig, oder? Da kannst du wirklich mittlerweile verrückt werden mit diesem ganzen Fact-Checken. Und es ist eigentlich egal, welche Diskussion es ist. Ich will jetzt hier auch nicht zu sehr ins Politische abdriften. Aber es ist alles so anstrengend geworden. Du kannst über kein einziges Thema mehr normal reden, weil irgendeiner holt eh wieder irgendeine Statistik von irgendwo raus. Dann holt ein anderer eine andere Statistik raus. Und es ist einfach nur noch so ein dummes Aneinanderwichsen. Und man kommt auch null voran. Es ist in den allerseltesten Fällen konstruktiv. In den meisten Fällen versucht man nur, den anderen davon zu überzeugen, dass man mehr Ahnung hat oder dass die andere Person weniger Ahnung hat, um, ja, ich weiß auch nicht, was das dann letztendlich bringt. Aber alles ultra anstrengend und macht einen, glaube ich, irgendwie einfach nur ... Ja, weiß ich nicht. Es frustriert einen einfach nur. Es ist irgendwie ... Es ist nicht geil. Also ... Ich will nicht sagen, früher war alles besser, aber auf jeden Fall so politische Debatte und Diskussion und so ist echt auf einem absoluten Tiefstand, habe ich das Gefühl. Es ist super anstrengend, es zieht einen nur runter. Ähm, weiß ich nicht. Macht nicht wirklich Bock. Und, ähm ... Vor allen Dingen, es wird auch alles politisiert, ja. Jede Scheiße. Also wirklich jede. Jedes Thema wird irgendwie ... Es wird immer erwartet, dass man sich irgendwie politisch ... Ähm ... Positioniert. In allen Sachen. Und das sorgt dafür, dass jeder auch plötzlich Experte ist für alles. Du hast die Leute, die wissen natürlich genau, was ... Wie man am besten, ähm ... Den, den, ähm ... Klimawandel auffällt. Du weißt, das sind die gleichen Leute, wissen aber auch, was am besten fürs Bruttoinlandsprodukt ist, wie man wirtschaftlich die Autoindustrie am besten pusht, welche Stromkraftwerke wo gebaut werden und wie viel Watt die produzieren. Also alle sind eigentlich mittlerweile Experten in allem. Es gibt ja keinen ... Es gibt ja keinen mehr, der sagt, du, ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung. Ich hab ... Ich hab mich noch nie für Strom interessiert. Ich hab den immer gezahlt. Ich war froh, wenn's Licht angeht, wenn ich's angemacht hab. Und ansonsten weiß ich nix über Strom. Das sagt ja keiner. Es gibt ... Oder es gibt keiner zu. Sondern jeder googelt schnell noch was. Die ersten drei Artikel, ja, man sucht dann schon nach der richtigen Sachen. Ist Atomkraft schädlich? Dann sucht man schnell fünf Artikel, die irgendwie die These einigermaßen stützen. Und dann haut man die einem irgendwie um die Fresse und sagt, hier, friss, guck, da stimmt's. Und dann googelt der, sagt so, ja, Atomkraft ist super schädlich, sucht seine fünf Artikel, ballert die hin. Und es ist einfach nur so ein ... Ich weiß nicht. Es macht ... Es stresst mich. Es gibt natürlich auch Themen, ich weiß nicht, ich will es nicht hundertprozentig verallgemein, aber so ist es ein bisschen das Gefühl. Und dazu ist halt alles immer so vom großen Publikum. Früher wurde auch schon viel Scheiße gelabert, aber das war dann halt irgendwie in so einer debilen Männerrunde im Tennisclub. Da saß man dann irgendwie stammtischmäßig zusammen, hat seine Bierchen gekippt. Da hat er gesagt, ja, ja, alles viel schlimmer geworden, seit hier die Ausländer kommen. Ja, ja, da sagst du was hier, überall Messerstecher. Dann haben die fünf das so untereinander am Biertresen und dann ist jeder nach Hause gegangen. Und das war's. Das hat aber dann kein anderer mitgekriegt. Das ist dann irgendwie kein ... Das hat in keiner Form eine Reichweite oder eine Debatte oder Diskurs bestimmt in dem Sinne. Sondern das war halt da so. Und jetzt wird ähnlich viel Schwachsinn erzählt, nur öffentlich. Und je nachdem, auf welcher Seite man sich sieht oder welche Meinung man hat, da stellt man sich dann hinten an oder liked das oder applaudiert oder unterstreicht das oder so. Super anstrengend alles geworden. Warum guckst du gerade nicht UFC? Ich hab die ganze Zeit UFC geguckt. Aber eigentlich interessiert mich nur der GMIF-Kampf. Und, ähm ... Ja, wenn ich jetzt UFC geguckt hätte, hätte ich heute nicht mehr streamen können. Also, dann wäre mir streamen zu spät gewesen. Deshalb war das eine, ähm, bewusste Entscheidung. Weil UFC kann ich später noch nachholen. Und ja, ich hatte auch jetzt ... Ich hab eine Woche lang nicht gezockt. Äh, und ich hatte jetzt einfach auch Bock, heute ein bisschen zu zocken und zu streamen. GMIF hat sich gerade beim Aufwärmen verletzt. Im Ernst? Das ist nicht euer Ernst. Stimmt das? Das guck ich jetzt nach. Das kann nicht wahr sein. Ich hatte aber schon ... Ja, nur ein Joke, okay. Aber der wirkte schon ein bisschen anders als ... Also, der, ähm, Chimaev, äh, den ich so beim Way-In gesehen hab, der wirkte schon ein bisschen anders als der Chimaev früher. Der hatte ja eine Depression, ähm, wo ... Was er auch öffentlich so gesagt hat. Was erst mal, äh, insofern überraschend ist, als, ähm ... Naja, UFC-Fighter in der Regel kommen immer nach außen als die harten Kerle. Und dann ist sozusagen, äh, zu sagen, dass man eine Depression hat, wirkt erst mal diesem normalen Bild, das die von sich abgeben, ähm, entgegen. Und dann ist Chimaev noch einer der krassesten gewesen, so. Einer, der komplett wie so ein Psychopath rüberkam, wie so eine, äh, einfach wie so eine, äh, Kampfmaschine, die, äh, so wie so ein Ivan Drago fast schon. Und, ähm ... Als ich den jetzt ... Der ist dann irgendwie unter ... Der war ja auch wochenlang weg von der Bildfläche. Und dann, wenn man den jetzt so wieder sieht, der wirkte so handzahm. Und, ähm, irgendwie, keine Ahnung, so von der Körpersprache und so. Ganz komisch. Da bin ich jetzt auch auf den Kampf sehr gespannt, wie er sich da präsentiert, ob er noch dieser ... Weil viele Leute hatten vor dem Schiss einfach nur vor seiner Aura. Und jetzt wirkte der so ganz anders irgendwie. Aber, ähm, ja, schauen wir mal, was der Kampf dann ergibt. Ich will euch jetzt hier auch nicht mit. Viele Komiker und Entertainer haben Depressionen. Ja. Viele Menschen haben Depressionen. Ähm, und oft sind's, ähm, nicht die, wo man's halt denkt. Aber es ist halt eine Krankheit, die jeden treffen kann. Egal, äh, was die Person beruflich macht oder wie sie nach außen wirkt. Schaust du nebenbei das El Clasico? Nee, grad läuft hier nebenbei auf dem Laptop, läuft noch Leverkusen, Bremen. Aber ich muss eigentlich das El Clasico gucken. Äh, hab ich als Hausaufgabe aufgekriegt von Tobias Escher. Aber, ähm, hab ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht, äh, kann ich jetzt nicht. Muss ich auch in der Zusammenfassung gucken. Schau mal bei YouTube King of the Streets. Was ist das? Guter Finding Stuff. Ich guck ja in letzter Zeit immer, wie heißt der? Jetzt hab ich schon wieder den Namen, äh, vergessen. So ein ultra brutaler Kampfkunst-Wing-Chung-Instructor. Ahmet K. Bühl oder so was heißt der. Irgendwie ist der immer in meiner Timeline, äh, gekommen. Oh, der verprügelt einfach immer seine. Der verprügelt einfach immer seine, ähm, Wieso hab ich denn hier das Licht nicht angemacht? Seine Schüler. So. Der hat dann, teilweise stehen die schon mit dem Motorradhelm vor ihm und der haut den da trotzdem richtig so in die Fresse. Und, ähm, sagt dann immer, ja, man muss sich, äh, es bringt ja nichts, wenn man hier mit angezogener Handbremse trainiert und so. Und dann kommt der immer her, zeigt einem die Technik und der klatscht den so richtig ein. Das ist so krass. Ähm, ja. Ich guck mir viel Schund an. Wirst du das neue Dragon Age zocken? Weiß ich noch nicht. Ich warte mal die Wertung ab. Ich hab so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch beim neuen Dragon Age. Ich weiß noch zu wenig. Ich mag eigentlich Dragon Age. Aber ich will erst mal auf die Tests warten und gucken, ob das auch wirklich, ihr wisst ja, ich hab nur noch Zeit für überragend. Edeleif. Meine Frau will kein zweites Kind, denn Freiheit ist ihr wichtig. Entschuldigung. Meine will kein Hund, denn Freiheit ist ihr wichtig. Neuer Elden Ring DLC gerade angekündigt. Bullshit. Aber ich guck trotzdem nach. Es ist natürlich ein dummer Quatsch. Aber trotzdem guck ich. Weil die Hoffnung größer ist als der Verstand. Ja, leider, leider nicht richtig. Leider, leider unwahr. Hast du eigentlich jemals The Last of Us 2 durchgespielt? Ja, hier im, im Stream. Tatsächlich. Vor, wann war das, Leute? Vor einem Jahr oder so. Oder ein bisschen mehr von, über einem Jahr, glaube ich. Müsste eigentlich komplett bei mir auf dem Kanal sein. Was hältst du von den deutschen MMA-Veranstaltungen von Oktagon? Kenne ich mich nicht so gut aus, muss ich sagen. Ich hab jetzt nur die letzte, wo, äh, Eckerlin gespielt, äh, gespielt, gekämpft hat. War überhaupt das erste Mal. Oh, Junge. Äh, dass ich überhaupt, äh, was von Oktagon gesehen hab. Ich fand's nur lustig, dass, ähm, äh, Oktagon heißt, aber, äh, ich, oh, Moment, ich muss die Nase putzen. Hier ist irgendwas. Hui! Ich find's nur lustig, dass es, ähm, der Veranstalter Oktagon heißt, aber, äh, es tatsächlich ein Ring ist und kein Oktagon. Ich spiel heute erst mal wieder Witchfire. Äh, ich sag euch mal so, bei mir momentan hab ich auf zwei Spiele richtig Bock. Das ist Diablo 4 und, äh, Witchfire. Und die kommen auch ganz gut an, so, äh, für meine Verhältnisse. Und ich hab Bock auch noch, ähm, Baphomets Fluchma hab ich schon angefangen. Äh, das ist ein YouTube-Exclusive, kommt die Tage raus. Und ich hab, ähm, Bock auf Metaphor, Rephantasio. Das will ich auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen mal abchecken. Schönes JRPG. Das wird wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein hier auf Twitch und auf YouTube, aber das könnte ich mir vorstellen, dass ich das privat dann noch, äh, zocke. Nächste Woche ist sogar dreijähriges Jugendliche. Mich schon drei Jahre Streamer, oder was? Ernsthaft? Alter, die Zeit vergeht, ey. Oh, Jesus. Life is Strange? Mäh, weiß ich nicht. Hab ich noch nie gespielt. Hab noch nie Life is Strange gespielt. Romancing Saga 2 ist raus, ja. Das, äh, Remake. Oder Remaster. Wie soll man das alles zocken? Ich hab jetzt auf dem Steam Deck tatsächlich, ähm, hab ich Dings gespielt, äh, als ich in Frankfurt war, ähm, Shining Soul 2. Wenn das einer kennt, das kennt wahrscheinlich niemand. Auf dem Game Boy Advance. Hat tatsächlich richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn's super simpel war. Ähm, ist, glaub ich, von den Leuten, die Shining Force und Shining in the Darkness gemacht haben. Äh, so ein JRPG, äh, von, wie gesagt, Game Boy Advance. Und, ähm, super simples Spiel eigentlich. Aber macht Bock. Manchmal kann ich mir so alte JRPGs, mach mir, mach mir Spaß, wenn die so eine Suchtspirale haben. Alter, 2-2. Wenn ich mir mal einen Leverkusener Spieler kauf, ne. Aber ist nicht unverdient. Werder hat wirklich gut gespielt. Was hältst du von Pico Park? Das sagt mir gar nix. Pico Park. Pico Park. Mach mal ein Low Cut auf dein Mic. Mein ganzes Wohnzimmer bebt. Meinst du, es ist zu viel Bass? Bass. Wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter? Was heißt ein Low Cut? Ich hab überhaupt keinen Plan von irgendwas. Beim Nerd Commander bin ich dabei. Ein Filter für niedrige Frequenzen. Black Ops 6. Ja, hab ich schon Key. Müsste ich noch installieren. Ist jetzt auf der Prio-Liste nicht ganz so weit oben. Ede, ich hab den Boss der dritten Map gesehen in Witchfire. Der ist nicht ohne. Wird dir gefallen? Ja, ich glaub, da brauch ich noch ein bisschen, bis ich da hinkomm. Ja, aber wie gesagt, also wegen Bass, keine Angst, hab ich jetzt in, dort hab ich jetzt in drei Jahren noch nie gehört, dass ich jetzt zu viel Bass produziere. Ähm, außerdem als alter Hip-Hop-Fan gibt es wirklich zu viel Bass. Das ist eigentlich ganz gut für die Eintracht, wenn Leverkusen ein Unentschieden spielt tatsächlich. Aber ich mein, das Spiel geht ja noch vier Minuten. Wir wissen alle, was noch passiert, oder? Gute Figur im HR gemacht. Dankeschön. Ähm, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Das wäre eigentlich früher mein Traumjob gewesen, so Sportmoderator, sag ich jetzt mal. Sportjournalist, Sportmoderator. Sag ich Xenoblade Chronicles 3 gespielt? Nee. Hab ich nicht. Nummer von Plattie gesichert. Kann ich mir jetzt die exklusiven Informationen holen. Am 5. November ist Nintendo-Investoren-Meeting. Einige vermuten jetzt, dass davor noch die Switch 2 revealed wird. Mal sehen. Aber da muss ich sagen, ey, wie oft ich jetzt schon gehört hab, da wird bestimmt die Switch 2 präsentiert. Ähm, also es hat bislang nie gestimmt, diese Gerüchte. Was gibt's Neues zu Diddy? Ja, momentan halte ich mich da so ein bisschen bedeckt. Ich werd demnächst mal wieder so ein kleines Update geben. Aber ich finde, momentan kommt da auch zu viel Verschwörungskram und ungesicherte Gerüchte sind da so im Umlauf. Und, äh, das find ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Da ist, äh, vielleicht auch oft nichts dran. So, ähm, ich will wenn dann nur wirklich über die Sachen berichten, wo man sich auch einigermaßen sicher sein kann. Weil irgendwie, was weiß ich, Leonardo DiCaprio war gern gesehener Gast auf Diddy-Partys, ja mei. Ich hab das ja schon mal gesagt, nicht jeder, der auf einer Diddy-Party war, hat in irgendeiner Form, ähm, jetzt was Kriminelles gemacht. Oder wusste von irgendwas Kriminellen. Ich glaub, die Leute stellen sich dann auch teilweise das falsch vor, dass so eine Diddy-Party, ähm, dass du da reingekommen bist. Und dann war das einfach so ein Rape-Fest. Aber ich glaub, so ist das nicht. Sondern es gibt halt, äh, der Typ hat halt die größten Celebrity-Partys der Welt geschmissen. Da war halt, das Who is Who, also jeder von Politikern, Sportlern, Schauspielern und so weiter, da waren halt alle so. Und ich glaub aber nicht, dass alle plötzlich irgendwie, ähm, vergewaltiger sind oder, äh, nichts sagen würden oder sonst irgendwas. Also, da fehlt mir dann doch ein bisschen der Verschwörungsgedanke, dass da ein Obama neben P. Diddy zuguckt, wie irgendwelche geschleusten Kinder vergewaltigt werden. Vielleicht bin ich auch naiv, aber, ähm, ich glaube, dass es dann so spektakulär vielleicht doch nicht ist. Aber warten wir's ab, es wird ja wahrscheinlich noch vieles ans Licht kommen. Und wenn wir die Fakten haben, dann kann man die auch wieder zusammentragen und darüber reden. Aber es ist natürlich schon, ähm, ähm, aber es ist wahrscheinlich schon auch möglich, dass, ähm, vielleicht der ein oder andere da noch, ähm, eine Rolle gespielt hat, ähm, von der man's nicht gedacht hätte oder so. Aber, ja, will mich da eigentlich nicht an irgendwelchen Namen oder Spekulationen beteiligen, weil ich find das sonst auch immer scheiße, wenn das gemacht wird. Und dann sollte ich's jetzt auch nicht bei P. Diddy machen, auch, äh, wenn er wahrscheinlich, so wie's aussieht, ein absolut mieses Schwein ist. Aber, ähm, ich werd jetzt einen Teufel tun und irgendwelche Namen da ins Spiel bringen, wenn, wenn das nicht gesichert ist. Heino zum Beispiel. Wir wollen Heino, ja, auch nichts Böses tun. Ähm, nur weil wir seine Musik nicht mögen, heißt es noch lange nicht, dass er, äh, in Kinderblut duscht. Ich mein, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber... Solange es keine Beweise gibt... Was, ne Schlussphase. Thomas Gottschalk war nur rein beruflich auf Diddy-Partys, ja. Was hat Thomas Gottschalk gesagt? Er hat nur Frauen... Wie war das? Ich krieg das Zitat nicht mehr zusammen. Ich hab nur Frauen befummelt, die das auch wollten. Irgendwie so. Naja. Ede, sag mal, ein Porno-Suchbegriff. Ja, ich hab natürlich auch das Chat-Duell geguckt. Und, ähm, ich hätte natürlich Threesome. Wäre mein, äh... Hätte ich da zur Antwort gegeben. Aber Milf war schon die Top-Antwort, ja. Boah, kaum sitze ich wieder hier am Tisch. Läuft... Irgendwas ist hier. Irgendwie... Irgendwie... Staub? Äh... Ich weiß auch nicht. Irgendwie plötzlich hier... Ich, äh... Schnupfe und Huste. Schimmel. Na. SweetChuck90, danke für dein Sub. Reverend BlueJeans, danke für dein Sub. Und Möbius hat fünf Subs verschenkt. Will ich natürlich hier nicht verschleiern. Vielen Dank, lieber Möbius. Fünf Subs hat er verschenkt. Bedankt euch gerne. Grantiger Opa. Hat er auch gesuppt. Vielen Dank. Und SuperMosTV auch. Vielen Dank, ey. Das sind ja echt einige. Ich muss mich öfter bei euch bedanken, wenn ihr es habt. Vielen Dank, Leute. Mal ordentlich Staub wischen. Ja, ich habe ja hier meinen Staubbläser. Ja, ich habe ja hier meinen Staubbläser. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ja cool. What? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es da hängen bleibt. Jetzt geh doch mal aus. Das hat sogar eine Leuchte. Toll, jetzt die Frisur am Arsch. Wieso kauft man sich sowas? Um eine Tastatur sauber zu machen. So, Leute. Das ist ein sogenannter Bläser. Wie heißt das? Erdduster. Damit kann man so zum Beispiel zwischen den Tastaturen sauber machen. Oder so Krümmel wegpusten. Das ist so ein kleiner Tischlaubbläsegerät. So. Freunde. Sollen wir ein bisschen zocken hier? Ich habe jetzt auch Bock zu ballern, ey. So. Ich mache mal hier. Oh nein, da kommt der Großmeister mit 360 schachbegeisterten Jünglingen. Gerade jetzt, wo ich doch hier schon in der Endphase bin. Na komm. Lieber Jan. Vielen Dank. Ich glaube, das ist Jans Art, auf meine WhatsApp-Nachrichten zu antworten. Ich schreibe Jan immer WhatsApp-Nachrichten, diverse gute Gags. Und dann kommt keine Antwort. Aber dafür kommt ein Raid. Das ist so nach dem Motto. Ja. Ich habe es wahrgenommen. Ich nehme immer noch teil an deinem Leben. Auf eine gewisse Art. Ah, da ist er ja. Witchfire, wir sind heiß. Ich habe viel Schach gespielt jetzt in der Woche, wo ich Urlaub hatte. Mäßig erfolgreich, muss ich sagen. Aber ich bin wieder ein bisschen angesteckt. Ich habe mir Schach-Videos angeguckt. Jan bringt ja fast jeden Tag jetzt irgendwelche Schach-Videos raus. Die Top 5 Schacheröffnungen oder die 50 historischsten Schach-Spiele. Da habe ich mir auch angeguckt. Stockfish gegen irgendeinen anderen Computer. Ich habe den Namen vergessen. Solche Sachen. Naja, ich habe echt viel. Ich habe ja nichts gehabt. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Jan in der Kindheit auf dem Boot, wo er nur drei Schachbücher und ein Schachbrett hatte. Oder ein Schachcomputer. So habe ich mich auch gefühlt. Ich war eine Woche in Frankfurt bei meiner Family. Keine Konsole, kein PC. Ich hatte ja nichts. Alpha Zero, genau. Alpha Zero. Nie gehört tatsächlich. Der Computer, der so gut geworden ist, weil er immer gegen sich selbst gespielt hat. Und ja, dann habe ich tatsächlich in der Not zu Schach gegriffen. Was hältst du von Kasparov, dem Antiviren-Programm? Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber man kann Schach gegen sich selber spielen. Man kann wirklich Schach gegen sich selber spielen. Ich weiß nicht, warum das funktioniert, weil irgendwie weiß ich ja, was ich vorhabe. Und kann dementsprechend ja mich nicht irgendwie... Also wisst ihr, was ich meine? Aber man kann auf jeden Fall gegen sich selber spielen. Und ja, ich habe noch nie gewonnen. Das war mein Gag eigentlich. Janistan schreibt hier, Balatro auf dem Boot. Dann wäre es nichts geworden. Ja, dann ist es wirklich so. Ich glaube tatsächlich, ich bin heute mit meinen Kids zurückgefahren mit dem Zug. Dreieinhalb Stunden von Frankfurt nach Hamburg. Ich sage es, wie es ist. Den einen habe ich an die Switch gesetzt, den anderen ans iPad, damit ich in Ruhe Fußball gucken konnte. Und dann habe ich auch nur gedacht, da saßen so unweit von uns, so drei Plätze weiter am Tisch, saß auch eine Familie mit Kindern. Und die hatten keine elektronischen Devices. Die Kinder hatten irgendwelche Bücher oder so. Und da habe ich nur gedacht, manchmal habe ich so zu meinen Jungs darüber geguckt, die da an ihren Elektrogeräten saßen. Und dann habe ich zu den anderen Kindern geguckt, die Bücher gelesen. Und dann habe ich gesagt so, ja, wer weiß, was aus meinen Kindern hätte werden können, wenn ich ihnen vielleicht einfach irgendwas, ein Instrument oder ein Schachbuch oder, weiß ich nicht, Spanisch für Anfänger oder Aktien für Dummies oder sowas gegeben hätte. Aber habe ich nicht. Der eine hat in Minecraft meinen Namen aus TNT-Fässern gebaut und mir ganz stolz gezeigt. Und der andere hat die ganze Zeit Paluten-Videos geguckt. Ja, also in diesem Sinne, es wird nicht jeder ein Schachmeister. Muss auch nicht. Ich glaube, ich hätte das Zeug gehabt zu einem Schachgroßmeister, wenn meine Eltern mich gefördert hätten. Ich habe tatsächlich schon sehr früh angefangen, Schach zu spielen mit meinem Vater ganz früher, als ich noch klein war. Und ich glaube, wenn man mich da gefördert hätte, dann hätte ich Jan schon viel früher kennengelernt auf irgendwelchen Top-Turnieren. Ja, aber dann kam ein NES und ein Gameboy und na ja, klar, Frauen halt bei mir einfach. Das ist ja auch sowas. Man hat dann halt einfach, ich habe dann ja auch im Club abgehangen mit den Girls und so weiter. Das ist natürlich auch eine Option, die Jan nie hatte. Ja. Ich sage immer, was hätte aus mir alles werden können, wenn die Girls nicht gewesen wären. Das ist so, ich hätte Fußballprofi werden können, Schachgroßmeister, aber ständig hat man, also, Avancen gekriegt und ich war schwach. Ich war zu schwach. Schachgroupis, sagt Jan. Ja. Ja, vielleicht. Aber es ist, für mich war das auch keine einfache Zeit, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich hatte wirklich verschiedene Hobbys, Tennis, Basketball, Tischtennis. Aber ständig, wenn du dann ständig Avancen kriegst von wunderhübschen Frauen, wie soll man, also ich bin schwach geworden. Ich bin irgendwann schwach geworden. Ich bin, ich habe, ich habe den Profisport dann, wirklich schleifen lassen. Das ist nur menschlich. Ja. Ich bin, ich bin schwach geworden. Es ist, ich verfluche mich immer noch heute dafür, aber was willst du machen? Es ist einfach, also, ich war jung und hatte die Möglichkeit, ja. Jan hat damals viel mit mir, mit sich selbst gespielt. Ja. Also Schach, ja. Okay. Kleine, ähm, True Story. Es gab am Wochenende, habe ich mich mit meiner Mutter gestritten, die meinte, ich wäre zu hart gewesen zu meinem Sohn. Folgende Situation. wir haben Rummy Cup gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr kennt die Rummy Cup? Egal, wir haben so ein Spiel gespielt und, ähm, wie es so ist, sticheln, mein Sohn und ich, und ich, mein Sohn hat gemeint, ich mache dich heute fertig und ich so, ach, du hast keine Chance und so, ne, wird so ein bisschen, äh, wird so ein bisschen gelabert und mein Sohn war so ambitioniert, wollte unbedingt gewinnen gegen mich im Rummy Cup. Hat die ganze Zeit schon Sprüche gebracht und wir spielen, ähm, meine Frau, meine Mutter, mein Sohn und ich, wir spielen zu viert Rummy Cup und, ähm, die kommen alle schon raus, also man braucht eine gewisse Anzahl an Punkten, bis man raus kann und mitspielen kann, ich bin nicht rausgekommen. Ich bin, ich hatte nicht genug Punkte und mein, und mein Sohn bringt einen Spruch nach dem anderen so. Was ist los, Papa? Kommst du noch nicht mal raus? So. Und dann hat meine Mutter irgendwas gemacht und mein Sohn hat sich richtig aufgeregt, weil er hatte schon so im Kopf sich ausgerechnet, wie er gleich gewinnt, aber meine Mutter hat ihm Strich durch die Rechnung gemacht und plötzlich ist mein Sohn richtig, ne, sauer geworden, und hat so den Kopf auf den Tisch und so, nein, jetzt ist meine Strategie und hat original angefangen zu heulen und hat dann gesagt, das ist alles so scheiße und dann hat meine Mutter gesagt zu ihm, warum heulst du denn? Und dann habe ich gesagt, ich würde auch heulen, wenn ich so schlecht wäre, wenn ich so schlecht wäre. und plötzlich ist folgendes passiert. Alle waren gegen mich. Meine Mutter war stocksauer auf mich, hat mich angemotzt, meine Frau hat mir den Todesblick gegeben, mein Sohn hat gebrüllt, ist vom Tisch aufgestanden und weggerannt und plötzlich war ich der Depp und ich dachte nur so, ey, wenn du Ansagen machst, dann kannst du aber auch nicht am Tisch dann anfangen zu heulen, wenn was nicht klappt. und dann habe ich mich noch wirklich mit meiner Mutter, dann den ganzen Abend noch, gab es noch eine zweistündige Diskussion über Erziehung und Pädagogik und so weiter und so fort. Das Lustige ist, ich habe nicht mal gewonnen, meine Mutter hat gewonnen und trotzdem war ich der Böse. Der ist zwölf oder wird zwölf. Weiß nicht, ich finde immer noch, meine Mutter meinte dann am Ende, das wäre zu hart gewesen, er wäre schon am heulen, ich hätte ihn aufbauen müssen. Ich bin der Meinung, ich habe gesagt, nee, wenn man die ganze Zeit Sprüche bringt, dann kann man nicht dann anfangen zu heulen oder rumzujammern, wenn man plötzlich nicht gewinnt und dann muss man auch dann einen Spruch wegstecken können. Aber, fairerweise muss ich sagen, ich wäre auch ausgerastet, wenn ich, wenn mir jemand den Spruch gedrückt hätte. Aber ich konnte es mir nicht verkneifen in dem Moment. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich dachte nur so, ja, 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 die ganze Zeit musste ich mir Sprüche, die haben alle drei gegen mich, ja, du zeigst dem Papa, den machst du fertig und so weiter. Und dann rumjammern, wenn irgendwie einer die Steine verschiebt, dann kriegst du einen Spruch von mir. Ja. Na ja, wir haben uns dann vertragen und alles ist gut, aber, ja. ich verstehe nicht, warum, warum ich dann plötzlich der Böse war. Ich glaube, das härtet ihn ab. Ich glaube wirklich, das härtet ihn ab. Wenn ich irgendwann nicht mehr bin, meine Aufgabe ist es, das Kind für die Welt fertig, also, nicht fertig zu machen, aber ihr wisst, was ich meine, bereit für die Welt zu machen. Das ist meine Aufgabe als Vater. Und dann muss er auch mal, er muss auch einen Spruch abkönnen. Oder er darf nicht austeilen. Aber du kannst nicht die ganze Zeit die Leute, weiß ich nicht. Aber vielleicht war die Pädagogik nicht hundertprozentig richtig. Ich habe auch noch nicht hundertprozentig mit mir Aber es hat mich auch, es hat ehrlich gesagt, der Grund, warum ich immer auch einen Spruch gedrückt habe, war, weil es mich geärgert hat, dass er sofort, also das Spiel zu dem Zeitpunkt, wo er schon mehr oder weniger angefangen hat, zu jammern und zu heulen, da war das Spiel noch überhaupt nicht gelaufen. Er hat eigentlich nur gejammert, weil er hatte sich irgendwas überlegt. Ich lege da einen Stein an und da einen Stein an und dann konnte er es nicht mehr machen und dann war der gleich schon so am Boden zerstört und das hat mich eigentlich mehr genervt, sodass ich kann es verstehen, dass er dann sauer gewesen wäre, wenn er jetzt gegen mich verloren hätte oder so, aber so weit war es noch gar nicht. Es war noch, es war gar nicht an dem Punkt so und das hat mich genervt, dass er dann da so jammerig wurde. Aber ja, manchmal kenne ich mich da natürlich auch wer so ein Dad hat, braucht keine harte Welt. Ja, ja. Nein, ich will ihn einfach eher nur pushen. Ich will ihn, natürlich trieze ich ihn, natürlich drücke ich ihm Spruch, so, ne. Aber in Wahrheit will ich ihn natürlich in ihm was rauskitzeln. Aber ja, vielleicht ist das, Menschen sind unterschiedlich. Manche, ich habe auch immer gesagt so, früher zu meinem Basketballtrainer, ich bin jemand, der über Lob funktioniert und nicht über Kritik. Und das ist wirklich so. Wenn, das habe ich, Jan habe ich das auch schon gesagt, wenn, wenn man zu oft sagt, ja, was machst du da für einen Scheiß und das war scheiße, der Wurf war scheiße, ähm, was ist das für eine Scheiß-Defense oder so, dann hat das bei mir eher dazu geführt, dass ich Selbstbewusstsein verloren habe, ähm, als wenn jemand gesagt hat, ey, das war richtig gut. Das war, das hast du gut gemacht. Und dann war ich so, boah. Und da muss ich, ähm, da muss ich, äh, auch dran denken. Super Stream heute. Ähm, ja, danke, Jan, jetzt fühle ich mich besser. Aber manche Leute brauchen den Arschtritt, manche Leute brauchen, aber vielleicht muss es auch diese richtige Mischung sein. Ich weiß nicht, ich habe auch keinen Wurf vor, was weiß ich. Nein, aber ist alles, alles halb so wild, alles cool. Ähm, ja. Ich will eigentlich nur sagen, ich würde gerne mehr gelobt werden von Jan. Vor allen Dingen in Sachen Schach. Ich gucke ja dann auch immer, ich gucke ja auch immer Jans Perspektive, wenn wir Schach spielen. Ähm, weil ich die wirklich die wahre Meinung hören will, nicht die offizielle, die er dann, ähm, wenn er dann analysiert oder so, sondern ich, ich möchte wirklich, äh, wissen, was er denkt. Und, ähm, manchmal ist er dann auch nett, manchmal sagt er nette Sachen, wie zum Beispiel, äh, Monsieur Gadet, gar nicht, gar nicht mal ein Scheißzug oder so, in der Art. Also so, so positiv, wie er halt kann, jeder wie er kann. Aber, ähm, man will ja auch nicht angelogen werden. Das ist ja auch das andere. Ich will natürlich, wenn ich gelobt werde, äh, wenn ich, wenn ich ihn lobt will, egal ob das beim Sport, beim Schach, whatever ist, ähm, man will aber ja auch nicht angelogen werden. Ich will ja nicht, dass mir jemand sagt, oh, das hast du aber toll gemacht, wenn ich es scheiße gemacht habe. Weil das sorgt dann auch wieder nicht für den, das ist dann auch wieder, geht auch wieder nach hinten los. Deshalb muss man sich, ein Lob muss man sich auch verdienen und dann ist es auch richtig geil. Weil wenn einer dich kritisiert und sagt, nee, das war nicht gut, das war nicht gut, aber wenn er dann irgendwann sagt, das war gut, dann glaubt man es der Person auch. Während, wenn die Person dauernd sagt, ah, das machst du super, alles was du machst ist toll, das ist super, nein, das war auch toll, wahnsinnig, dass du die Figuren schon richtig aufgestellt hast, Wahnsinn, toll, dann verpufft das auch, dann hat ein Lob ja auch keinen Wert mehr. Also man muss da die Balance finden zwischen Kritik und Lob. Na? Ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Ich glaube, nur weil Jan hier mich geradet hat, Was wollte ich denn eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. So, jetzt ist aber Schluss. Jan, spielen wir die Woche? Irgendwann noch Schach, wenn du noch da bist. Ich bin heiß, wie gesagt, ich bin wirklich, ich bin heiß. Auch Hand and Brain. Brain and Hand. Hand in Hand. Ich muss auch wieder meine neuen Zaubertricks üben. Morgen 19 Uhr. Morgen 19 Uhr. Das ist natürlich immer die Primetime. Ja. Vielleicht sogar Morgen 19 Uhr. Ne, warte mal, morgen spiele ich Eintracht. Warte mal, wann spielen die denn? Warte mal, warte mal, Moment. Ich muss gucken. 17, 30, 18, 19, ne, 20 Uhr. Vorher geht nicht. Vorher geht nicht. Du bist doch gerade motiviert, warum willst du es wieder einreißen, ja? Ja, weil, ähm, gegen Jan spiele ich mein bestes Schach tatsächlich. Ich weiß, es ist traurig, aber es ist so. Wenn, ähm, ich spiele viel schlechter, wenn ich nicht gegen Jan spiele. Wahrscheinlich, gut, ich, äh, ich spiele meistens auch ohne Nachdenken, wenn ich nicht, ähm, mit Jan spiele, weil ich immer so, äh, Blitzpartien spiele, wo ich einfach nur die Figuren bewege, wenn ich einfach irgendwie, keine Ahnung, ich hab, äh, einfach so, es ist einfach wie so eine Sucht, wie so, äh, ich hab keinen Bock nachzudenken, ich hab keine Geduld, so, äh, meinem Jan muss ich aber ruhig bleiben und nachdenken und, äh, versuchen, sinnvolle Züge zu machen und über, mir Gedanken zu machen über die Züge und, und so weiter. Und das bringt mich natürlich auch weiter. Ah ja, Meistertypkind wäre 20 Uhr auch lieber. 20 Uhr, aber, äh, wie, wie, kann nicht um 20, lieber um 21 Uhr. Aber Dr. Wurst kann um 21, also um 20 Uhr. Ich würde sagen, ihr diskutiert das einfach aus im Chat und lasst Jan und mich dann einfach wissen, wann wir morgen das machen sollen. Du musst auch mal gegen Chat-Schach spielen, wie Jan. Ja, das Ding ist, Jan, wenn er gegen den Chat spielt, gewinnt er die ganze Zeit und das macht natürlich auch Spaß. Aber ich hab keinen Bock gegen euch, Lully ist auch noch zu verlieren. Wenn ich gegen Jan verliere, kann ich immer sagen, ja gut, ich hab auch gegen Großmeister verloren. Aber wenn ich jetzt gegen irgend so ein 1400 Elo von euch verliere, dann kotze ich richtig ab. Dann bin ich richtig pisst. Das ist ja das Problem. Vor allen Dingen kann ich auch nicht wie Jan beim Schachspielen die ganze Zeit labern. Ich hab das schon versucht, aber es klappt nicht. In dem Moment, wo ich mit euch laber, ich kann dann nicht so wie Jan, ja, hier, habt ihr gesehen, neue Serie, richtig geil, rechne ich das hier aus, dann mach ich sieben, ne, beste Serie, die es gibt, NBA, ja, weiß ich nicht, die Cambo Mutambo, ja, und dann, das geht nicht. Ich sitze dann halt im Stream, wenn ich gegen euch Schach spiele und dann sitze ich hier drei Stunden und rede kein Wort. Gute Nacht, Jan. Er geht pennen. Der guckt jetzt noch 17 Serien und weiß ich nicht was. Ich guck grad Lincoln Lawyer auf Netflix. Ist so mittler. Hab ich nur den Film gesehen. Ich hab angefangen, erste Folge, äh, äh, The Pendrin, 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 The Pinguin, Batman Serie hier, hab ich angefangen, erste Folge, hat mir sehr gut gefallen. Erste Folge Pendrin, hat mir gut gefallen. Kann ich empfehlen, nach einer Folge. Pendwings, Penguins, Penguins. So, dann mach ich jetzt aber auch hier mal Feierabend. Ähm, und ich sicke euch rüber so Touri. Penguins. Penguins läuft auf Sky, glaub ich. Sky Go. Äh, Raid. So, wir sehen uns morgen 20 Uhr wieder. Bisschen Schach und dann, wenn da noch Zeit ist, ähm, ein bisschen Diablo. Habe ich Bock. So. Okay. Leute. Es, äh, war mir eine Ehre, für euch, ähm, Stream gedurft zu haben. Wir haben noch einen kleinen Zaubertrick für euch. Zum Schluss. Chat. Hat super viel Spaß heute im Eddy-Stream. Danke, Jan. Du kannst jetzt schlafen gehen. Ich muss jetzt noch einen Zaubertrick machen. Chat, sag mal eine Karte, eine Spielkarte, also, Dame 4 oder, ähm, Karo, Bube. Chat, sag eine Karre, äh, eine Karre, eine Karte. Ähm, Dame 4. Ähm, Ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Nicht, hier, Karo Dame oder sowas. Wie heißt, wie, wie nennt man das? So eine Farbe und ne, äh, Ziffer oder, ne, Dings, Dings. So. Okay, was? Hier, Randje. Sag, was sagt Randje? Sagt, Karo Bube. Okay. Okay, Leute. Oh, da war schon der Raid. Jetzt haben die den Zaubertrick verpasst.